Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Magic Awakened. Wir müssen mit unserem lieben Freund Daniel reden. Man ist der Skin da unten links cute. In der letzten Folge haben wir tatsächlich als Dumbledore gespielt gegen den bösen dunklen Zauberer, Lord Voldemort. Ich habe gehört, dass außerhalb von Spellen, Quidditch ist auch ziemlich lustig, aber mein persönlicher Favorit ist Potionen. Quidditch? Ist das der Sport, wo du einen Brümstück fahren kannst und umdrehen möchtest? Das ist der. Du möchtest mit Robin sprechen, wenn du interessiert bist. Ich habe gehört, dass sie Fliehunterbewegungen in der großen Halle beherrscht. Okay, dürfen wir jetzt auf den Quidditch-Feld. Großer Haller, okay. Begib dich zur großen Halle und wir können direkt ein Geschenk abholen. Schalterbelohnung im Laden, Freie, wir haben einen Schlüssel bekommen. So, was kriegen wir hier? Malfoys Gang, legendär. Ruf Draco Malfoy, Gregory Goyle und Vincent Grab auf. Wird einer der drei besiegt, fliehen die anderen beiden aus der Stadt. Was ist das Amateur hier? Die Freight-Spillinger. Ruf sowohl Fischer Frey als auch Kobe Frey auf, um dir zu helfen. Ventus. Ich glaube, das haben wir sogar schon. Ne, ich bin damit zufrieden. Überprüf deine Karten. Antippen, um dein Deck zu konfigurieren. Bevorzugte Karten auswählen. Okay. So, rede mal, Robin, über das Fliegen auf Besen. Hi, Robin, kann ich noch mit anderen hier sprechen? Er sieht nicht danach aus. Okay. Geht's dir gut? Wer redet nicht mit sich selbst? Das ist die bessere Frage. Ich weiß nicht, ob ich mit dir fliegen möchte. Off we go on our little adventure. Through the castle gate, ahead. Na, das ist keine gute Idee. Das Sitzen, wo ich unerlaubt irgendwo hingeflogen bin, gab es Ärger. Ich erinnere mich noch schwammig. Als nächstes, auswählen. Auf. Nun, climb auf. Und wenn du bereitst, aufbauen. Wie diese. Wie? Das ist einfacher, oder? Na, auf. Seid mich! Schau auf den Horizont, wenn du dich noch Angst fühlst. Das hilft dir! Ja, ich glaube das ist schon auch nicht klar. Ich hoffe, dass das jetzt alles automatisiert wird. Wird die eine Schülerin eigentlich immer noch vermissen? Also ich kann nichts machen. Ich werde zu tun. Ich werde zu tun. Da geht es zum Quidditchfeld. Wunderschön. Wunderschön. Er weiß das schon. Hallöchen. Das hat sich nicht gut angehört. Können wir jetzt bitte wieder zurück ins Schloss? Hey, willst du tanzen? Nein, ich bin nur nach Hause. Eigentlich war alles automatisiert. Ich bin nur nach Hause. Ich bin nur nach Hause. Ich bin nur nach Hause, also. Ich glaube nicht, ich würde gerne fliegen. Danke, Robin. Du bist eine großartige Lehrerin. Mein Herst. Will ich wieder gehen? Ich finde. Hey! Well, what a view from here, eh? I wish I had a camera to capture the moment. Ah! Ah, that's not me. Ah, that's not me. We can make a selfie. Download. Yeah, please. Yeah, super. Muss ich ausblenden. Ich hoffe, ich denke daran. Ich hoffe, ich denke daran. Auch das hier ausblenden. So. Okay, ich gehe zum Plastzimmer für Kräuterkunde. Schalte die Karte frei um. Schnell reist die Planierte. Dies ist der Eingang zum Solierclub. Du bis jetzt über die Schulgeländung klickst über die Schlafsäle. Okay, ich muss aber... Okay, ich muss aber... Hm. ... 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 Und noch hier ein Klassenzimmer muss ich hier erstmal zum Ausflug rein. Muss man nicht verstehen. Hä? Ähm, was soll ich hier am besten hier rüber? So. Ach, jetzt. Rede mit Professor Longbottom. Neville, bist du es? Hallo, ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich kann deine Hilfe nutzen, ein paar Pläne zu verwenden. Ähm, sicher. Hast du einen Wetterkern? Neville ist immer noch so verpeilt. Okay, ich gebe es wieder. Wirke Aguamenti auf das Bäumchen, okay. Bitte schreibe mich nicht an. Schon gut, schon gut. Rede mit Professor Longbottom. Das sind wir für Kräuterkunde. Okay. Bevor er ihre Augen aufsteht. Ah. Es gibt ein paar Böderkunde in den alten Pläne, die Hagrid ausgeliefert hat. Bezüglich, aber ich habe ein paar Gnomes in den Plänen gefunden. Ich habe die meisten davon, aber es gibt vielleicht ein paar mehr. Wie geht es nicht? Wie mag ich den Unterricht hier nicht? Ich möchte gerne mal eine Kamera drehen. Was ist er? Da ist auch ein Gnom. Und auch ein Gnom. Komm hier, du. Muss ich jetzt gegen den Gnome kämpfen? Tatsache. Okay, ich bin bereit. Ich versuche, Aguamenti gegen die Gnome einzusetzen. Okay. Du kannst dich nicht bewegen, wenn du Aguamenti wirkst. Ich kann mich bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ein Troll. Aguamenti! Bombastik, bombastik Scytherin. Burnout of the Scytherin. Scyndium! Ventus! Besser, man. Atmosphäre, Chonin. Easy peasy, easy schneesy. So. Dann gehen wir doch jetzt mal... Brautroker seine Leckerlis zum Versöhnung. Da kann ich noch was mitnehmen. Wunder, ich könnte noch was anderes machen. Oh. Juwene halten, okay. Ich bin sorry about the water. Here's a treat for you. Zufrieden ist Zeus. Das war ziemlich ein großer Troll. Ich denke, du hast einen Freund für Leben gemacht. Aber try to be more careful. Du wirst niemals wissen, was unter dem nächsten Leckerlis wird. Das ist wohl wahr. Und wir kriegen schon wieder ein Geschenk. Ach, Kamenti. Okay, das wissen wir ja, was das... Super. Verschieß, kontinuierlich 10 Wasserstreit in einer geraden Linie. Du kannst dich währenddessen bewegen, um die Angriffsrichtung anzufassen. Jedes Mal, wenn ein Wasserstreit dieselbe gegnerische Einheit trifft, steigt der zugefügte Schaden. Yeah. Gut, rede mit. Schuldleiterin McGoniggericht. Glaube, das macht man noch zum Abschluss. Boah, dieser Soundkund, das ist ekelhaft. Klingt echt mechanisch. Oh, 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 oh. Hat sich das einfach einlassen. Mach schon viel besser. Okay, McGonigal, was möchten Sie uns denn erzählen? Ach, hallo, Soulhunter. Ich freue mich, dich bei uns zu sehen. Ich habe mich gefreut zu hören, dass es diesen Club gibt. Ich wollte meine Tanzfähigkeit schon eine Weile üben. Oh Gott. Just Dance. Na, du hast also schon Erfahrung? Ja, wir Just Dance. Nun, in gewisser Weise. Also, meine Eltern tanzten immer Walz im Wohnzimmer. Meine Mutter hat versucht, mir ein paar Schritte beizubringen, aber... Ach, du fürchtest, dass du nicht alle Schritte kannst? Kein Grund, da wirst du sein. Ich habe diesen Club gegründet, um allen mit einer Leidenschaft fürs Tanzen auf die Beine zu helfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Auswirkungen des Weihnachtsballs beim Trimarkischen Turnier auf die Moral der Schule haben mich dermaßen inspiriert, dass ich wusste, dass Tanzen ein regelmäßiges Ereignis werden muss. Sie tanzen also auch, gerne, Professor? Gerne. Nun, mein Kind. Auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, aber zu meiner Zeit war ich ziemlich flott auf der Tanzfläche. Ich liebte den Walzah mindestens genauso, wie ich es liebte, Mäusen in Teetassen zu verwandeln. Okay. Ich freue mich, darauf mehr zu lernen. Das wirst du. Unter der Woche übt der Club seine Tänzer. Und am Wochenende bieten wir formale Auftritte vor deinen Klassenkameraden an. Es ist die perfekte Gelegenheit, dein Können zur Schau zu stellen. Das klingt nach Spaß. Ja, vielleicht kannst du zuerst mit deinen Freunden sprechen. Ich könnte deine Begeisterung gebrauchen, um sie auf die Tanzfläche zu bekommen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Professor. Aber das finden wir erst in der nächsten Folge heraus. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Magic Awakened. Bis dahin. Tschüss.